Moin Leute und herzlich Willkommen zum Video für den fünften zwölften diesmal wieder von meiner Seite und heute wie man gut erkennen kann haben wir hier eine nette kleine Mischung sogar eine Batterie dabei und ich würde sagen gucken wir uns den Spaß einfach mal an. Einmal hier altbekannt Poison beziehungsweise Aquila oder auch Reno aus dem Aldi Süd. Nette kleine Batterie. Dann haben wir hier Superböller B von Keller. Acht Stück. Ja aktuell zur Produktion halt ziemlich rotzig verarbeitet. Knallen aber wenn sie getrocknet sind eigentlich noch ganz gut. Dann Silberkracher mit extra lauten Knall von Veko. Quasi Pyropetade mit Lunte. Und dann hier nochmal Super Color Fountains. Glänzt hier gerade ein bisschen so. Von Jorge mit einer Brennauer von 60 Sekunden in fünf Farben. Kennt eigentlich denke ich mal auch jeder. Gut würde ich sagen werden wir diese nette kleine bzw. etwas kleinere Mischung hier. Einfach mal zünden gehen. So letzter Silberkracher von Veko. Ich dachte das sind jetzt schon eine Zinschnur. Mhm. Die neuen. So jetzt die Superböller B von Keller. Zünden wir einfach hintereinander weg. Oh okay. Also wenn man die wirklich mal ordentlich abtrocknen lässt ey, heftig. So, super Color Fountains von Jorge, finden wir auch alle auf einmal. Können wir? Ja. Er macht. Er macht. Er macht. Er macht. Er macht. Wunderschöne Verwandlung auf jeden Fall. Riesen Goldregen. Ja. Sehr schön, also die, ein wunderschöner ruhiger Artikel von Jorge auf jeden Fall. Päusen. Machst du? So, Päusen. Päusen aus dem Aldi von Beko. Platein. Wenn nicht springen. Riesen Goldregen. Klassisch geil Klassisch geil